Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Blizzard hat diese Woche eine neue Episode des WoWCast veröffentlicht, quasi einem WoW-Podcast und da erstmals ein Teaser gebracht zu Draktürkriegern. Tatsächlich deutet vieles darauf hin, dass wir bald mit den Draktüren nicht mehr nur Rufa spielen können, sondern auch noch viele andere Klassen und das war jetzt der erste Hinweis darauf, dass es wohl nicht mehr allzu lange dauern wird. Fassen wir nochmal kurz zusammen, was wir denn wissen. Blizzard hatte ursprünglich für Dragonflight gesagt, Draktür können nur Rufa spielen und auch Rufa stehen nur den Draktür zur Verfügung. Das wird sich auch nicht ändern. Allerdings hat man geplant, dass in Zukunft die Draktür noch mehr andere Klassen werden spielen sollen oder können sollen. Welche das genau sind, wissen wir noch nicht. Das wird auch nicht direkt mit dem Launch von The War Within erscheinen, sondern Blizzard Mitarbeiter sagten, das kommt relativ zeitnah in einem der ersten Patches von The War Within und dementsprechend sehr, sehr interessant, dass Blizzard das Ganze jetzt angeteasert hat mit diesem Screenshot aus dem WoW-Cast. Wir sehen dann hier, das sieht mir aus wie ein wohl Perashamane, ein Night Elf Druid, das müsste ein Zwergparler sein und hier sehen wir dann ein Draktür, der zwei Zweihand-Äxte in der Hand hat, also einen Furorkrieger. Das Ganze ist nicht so ganz neu, denn damals als Blizzard uns die Warbands vorgestellt hatte mit der Ankündigung für The War Within, sehen wir nämlich auch hier einen Draktür, der auf den ersten Blick nicht so besonders ist, aber er trägt hier eine Lederrüstung. Und deswegen gab es schon damals viele, viele Spekulationen, dass andere Klassen für die Draktür zur Verfügung stehen werden, denn wir erinnern uns, Draktür können aktuell nur Kettenrüstung tragen, nicht Leder. Und das Ganze hier hat, das Set hat einen sehr druidischen Look, aber ich glaube nicht, dass wir Draktür-Druiden bekommen werden, um es mal so zu sagen. Aber, Blizzard hatte gesagt, mehr Klassen für die Draktür kommen bald, jetzt haben sie den nächsten Hinweis fallen lassen. Ich bin mal gespannt, ich glaube, das dauert nicht mehr so lange und könnte mit einem 11.0.5-Patch oder so durchaus schon ins Spiel kommen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, welche Klasse ihr bei den Draktür auf jeden Fall sehen wollt. Und damit, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Video und reingehauen! Bis zum nächsten Mal!